Hier ist wieder Everplay und in diesem Video zeige ich euch eine sehr geile Mission in GTA 5 Online. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Mission, wo ihr Fahrzeuge fahren könnt, die es eigentlich im Online-Modus nicht gibt. Zum Beispiel das Zeppelin oder Schneefahrzeuge. Ein UFO ist auch da, aber man kann es nur angucken. Jedenfalls schaut mal vorbei. Ich habe den Link in die Videobeschreibung gepostet. Ihr müsst nur den Job markieren und dann könnt ihr in GTA Online unter Jobs eure markierten Jobs starten. Falls ihr weitere Missionsvorschläge haben wollt, wo man da irgendwas reingemoddet haben oder ähnliche coole Missionen, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Auf Wiedersehen.